Hallo von der Meerschweinchenfarm.at Heute geht es zur Perflergruppe zum Füttern und das muss ich natürlich mit allen teilen. Schaut her, da gibt es Gras. So, kommt raus einmal da. Hau ab. So, liebe Perfler-Family, die, die gerade in Vorurlaub ist. Jetzt, da sind eure Damen und Herren, komm Kaffee. Einer geht es super gut, alles wohl auf. Taverne und Camping lieben sie. Sie sind richtig flott, springen viel, viel umeinander. Und jetzt wird mir zum Essen geschrien. Also dann, tschüss von der Meerschweinchenfarm.at und ja, wer so ein Meerschweinchen auch mal so einen Urlaub gönnen mag, sehr, sehr gerne. Es ist, ich habe die Meerschweinchen, die Urlaubsgäste, nur wenn es passt und ich das Gefühl habe, oder auch mit dem Besitzer abgesprochen ist, dass sie eben in der großen Gruppe sein dürfen, aber normalerweise bringe ich die Gruppen jetzt nicht durcheinander. Sonst sind sie einfach, haben sie ihre eigenen Bereiche, wo sie sich auch, wie ihr seht, alles sich freindfalten kann. So, also dann, tschüss von der Meerschweinchenfarm.at und ein fröhliches, wie heißt es? Wiek, wiek!